Simon Albert Schaus 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 Hä? Achso, man sollte auch vorne die Tür zu machen, dann darf man auch kann man auch fahren, aber jetzt müssen wir eh warten Mmmh Ich bin immer ein bisschen vorsichtig an solchen Ecken Nächste Halbestelle Haus für Kunstgeschichte Hm, ein Haus für Kunstgeschichte Kunst ist auch schön Geht ihr ins Museum? Ja, Unfall Wäre mal interessant zu wissen Also ich gehe ganz gern mal ins Museum Tatsächlich Hier, wir haben ja in Bonn auch genug Das Museum König Also für Naturkunde Und das Kunstmuseum Die Kunst- und Ausstellungshallen Das LVR-Museum Oder auch ganz schön das Mathematikmuseum Das Arithmeum Rechnen 1 und heute Alles sehr schöne Museen Wenn ich Zeit habe, muss ich tatsächlich zugeben Besuche ich die auch ganz gerne Weil ich das Sehr interessant finde Liegt aber auch daran Mein Papa Ich kann nicht auf der Spur bleiben Mein Papa hat ganz ganz lange im Museum gearbeitet In der Kunst- und Ausstellungshalle Und im Kunstmuseum Und Ja, da ist man natürlich so ein bisschen geprägt Weil freier Eintritt und sowas Nächste Haltestelle Dora Bahnhof Wir sind ein bisschen fix hier unterwegs Sooo und angenehm rum Und Wie gesagt Ich finde die Museen halt Ziemlich interessant So für Kunst Kann ich mich jetzt weniger begeistern Aber zum Beispiel das Haus der Geschichte Ein sehr schönes Geschichtsmuseum Mit 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 Auch viel Interaktiven Medien Für Geschichte allgemein Schwerpunkt Zweiter Weltkrieg Und Nachkriegsgeschichte Sehr sehr interessant Wenn ihr mal in der Gegend seid Kann ich euch nur empfehlen So Hier fahren wir vorbei Ich glaube das E steht hier für Express Würde ich jetzt mal behaupten Ja Mario Wieder was rausgefunden Was alle anderen schon längst gewusst haben Yeah Top Na Nicht aufhängen Kommt da rein Wollt er nicht Na ich komm hier aber noch rum Ja Wollt ich doch sagen So ganz angenehm Ganz flauschig Oberbahnscheid So vor uns fährt die Ambulanz Das ist sehr praktisch Wenn ich wieder mal Mist baue So wir fangen gerade aus Huiiii Dödelödelö Ach ja Oh der kommt aber auch gut aus dem Quark Trotz nur 260 PS Reicht aber auch Reicht aber auch Äh ja Das Mario kann das Warum bremst ihr denn so runter Ach weil rot ist Ja das Muss man mir doch sagen Weiß ich doch nicht Ich mag dieses hinten einsteigen So weiter gerade aus Nächste Haltestelle Bahnscheidermarkt Bahnscheidermarkt Hier fahren wir durch Hier fahren wir durch Und hier rein Müsste jetzt gleich schon der Bahnhof kommen Endstation Nächste Haltestelle Kein Problem Josh Ja meine Damen und Herren Denken Sie bitte an Ihre Gepäckstücke Nicht beschweren Ihr dürftet mitfahren Jetzt aber gut So was sagt der Fahrplan Überall okay Ja okay Alle raus schon Jetzt will ich mal was testen Wenn ich jetzt Einfach mal manuell Weiterschalte Oh ja Das funktioniert Dann schaltet er auf Westende Das will ich aber nicht Denn wir sind jetzt erstmal Dienstfahrt Oder Messfahrt Nein Pause Gleich geht's weiter Den hab ich gesucht Genau Ja wir haben es geschafft Bahnscheid Bahnhof Die Linie E80 Alheim und Laurensbach In Laurensbach Ich sage Dankeschön Wir sehen uns in der nächsten Folge Kommentare Daumen und Abos Natürlich immer willkommen Bis zum nächsten Mal tueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueue Vielen Dank.